Robert Hunt, der Reiter aus Großbritannien, startet für Spanien, representing Spain. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und von Spinn. Spinn. So, attractive horse in trot with activity and from the ground, pushing from behind. Functional trot, nice half passes a bit more from behind or carry more weight in trot, 7.9. The walk, clear walk, one step tense in the corner in the beginning, extended walk needs a little bit more cover of ground but clear in rhythm, 7. Canter has to take more weight in canter, could be more lighter in the front, left canter needs more throughness and push more from behind in the changes, 7.5. The submission, fairly correct horse, needs more collection in trot and canter, 7.8. And the perspective, it is a correct horse, needs more elasticity and carry more weight, but still an obedient horse, 7.8. Thank you so much. Und hier sind nochmal die Einzelloten für den spanischen Hengst. Geratrero de Centurion vom Cabelleno, präsentiert von Joseph Robert Hunt, Großbritannien für Spanien. Im Trapp mit einer 7,9, der Schritt bewertet mit einer 7,0 im Galopp.